Hallo, äh, wir sind eh Junkie. Junkie? Ja, mir ist gerade das Spiel hier abgekackt schon wieder. Ah, ich bin ein Rammer. Was? Der hat ja auch Videos mit Toten ausgezeichnet. Das war keine Absicht, also... Na klar. Ich war schön reingedriftet und du driftest wiederum in die Karre. Ich bin die Vierter. Agro ist raus. Los hier. Auch rausgeflogen. Bei mir auch. Gibt es Team neu gestartet gerade oder was? So. Da ich ja noch spiele, kann ich euch jetzt sagen, dass ich diesen Lex-Fitsch hier unterm Tisch stehen habe. Da tritt ich keinen Besser. Ich bin am Punkten wie bescheuert. Ja, wir sind noch zwei Leute. Oh Gott, danke. Hallo, Rephaser. Wie geht's dir? Ja, super. Jetzt bin ich alleine. Ich war Ernster und du Zweiter, glaube ich. Ja, man tut das Spiel eigentlich. Richtig. Also so können wir es noch stehen lassen am besten. Verbindung zu Steam nicht möglich. War schön. Ja, meins auch abkackt. Das hat sich wahrscheinlich komplett gerade abgeschaltet. Hallo und willkommen mal wieder. Hier ist euer TG vom Kanal Tue ich gespielt und es geht heute um, ihr seht es im Hintergrund, um GRID 2. Und zwar hat uns der E-Junkie am Sonntag, den 21.7. zu einem GRID 2 Event eingeladen. Das heißt, er und einige seiner Abonnenten haben dann mal gepflegte Runde GRID 2 gefahren. Das war echt lustig. Im Hintergrund seht ihr auch ein Video von diesem Event, allerdings von vor einer Runde, die nicht gewertet wurde, weil das Spiel dann doch am Anfang etwas zickig war und dann mal mit dem einen oder anderen halt sich getrennt hat oder abgestürzt ist etc. pp. Ihr habt es auch gerade schon in den Outtakes gesehen. Also, teilgenommen haben natürlich unter anderem dann der E-Junkie, der Rephaser, der Akronomikos von Unikatunterhaltung, der Schnur Christian. Ich vermute, dass der Christian Schnur heißen wird. Ist nur so eine Vermutung. Dann der Barraconda, der Itzer Rockstar und natürlich auch meine Wenigkeit. Also diese Runde selber war extrem lustig, lag mit Sicherheit aber auch darin, dass wir ja anfangs wirklich alle Probleme hatten, das Spiel überhaupt ans Laufen zu bekommen. Das war dann schon etwas sehr verwirrend. Aber naja, es hat ja im Endeffekt dann doch geklappt und wir konnten wirklich unsere drei Eventrunden fahren und sind ja auch komplett durchgefahren. Also das lief dann nachher zuverlässig. Und wir haben uns auch sehr gut unterhalten. Wir hatten auch viel zu lachen. Das war echt geil. Ja, den ersten von den drei Teilen, den findet ihr jetzt schon auf dem Kanal vom E-Junkie. Die anderen beiden Teile erscheinen entweder A, also der erste, der zweite Teil quasi A, am Donnerstag, quasi morgen. Und der dritte und letzte Teil inklusive der Siegerehrung kommt am Samstag auf dem Kanal vom E-Junkie. Ähm, vielleicht guckt ihr einfach mal da rein. Wäre nett. Ansonsten natürlich auch bei mir vielleicht einen Kommentar hinterlassen etc. PP, ihr wisst es. Nochmal an den E-Junkie. Danke, dass ich daran teilnehmen durfte. Das war echt super. Also wenn du mal wieder sowas machst, gerne wieder. Lade mich bitte sofort wieder ein. Ich bin da quasi Gewerberfuß bei dir. Ja, das war's von meiner Seite erstmal hier. Ich bin raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und bis dahin alles andere auch noch natürlich. Euer TG. Bis dann. Ciao. Ich bin da guckt. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ich bin da Tag überhaupt nicht Werbe!... Ich bin da recht, tongsig oder so. Oh boy. Ich bin da regular.